guten morgen freunde hier ist der levis card 12 ich begrüße euch zu einer news ja es gibt mal wieder was für umsonst für lau für free und zwar verschenkt uns humblebundle.com das spiel warhammer space marine als steam key für euren pc freunde alles was ihr dafür tun müsst ist auf humblebundle.com surfen natürlich einen account machen dort sich einloggen und den newsletter zu abonnieren dann bekommt ihr das spiel geht es auch noch zeit einen tag sieben stunden ein paar zack hälfte freunde ihr seht der timer läuft und hier sehen wir twitch gameplay so sieht das aus es ist ein third person shooter freunde normalerweise kostet das spiel 19 euro 99 aber wie gesagt einfach get the game klicken sich vorher einloggen und dann kommt es umsonst ja das war die news ich hoffe es hat euch gefallen ich sag bis demnächst bye bye